Das Handtuch hängt hier, das stört mich im Hintergrund. Wir haben uns ein paar Tage lang nicht gemeldet, ich brauchte ehrlich gesagt ein bisschen oder wir brauchten uns ein bisschen für Schnaufpause. Man ist es gar nicht mehr gewohnt, jeden Tag ein Video rauszuhauen und das hat uns ein bisschen gestresst zu dem anderen Zeug, was wir natürlich auch tun müssen. Ich hatte ja auch auf Instagram die Gewinnspiele täglich, dann ein paar Kooperationen, die so ein bisschen im Hintergrund gelaufen sind, von denen ihr nichts mitbekommen habt oder nicht wirklich. Und ja, der Alltagsstress, wir sind ja auch trotzdem noch älter, haben fünf Kinder, Haushalt, dies, das. Wir waren ein bisschen overstressed, deswegen haben wir gesagt, wir brauchen kurz Ruhe, haben ein bisschen, also haben nicht gevloggt ein paar Tage und haben auch auf Instagram waren wir da jetzt nicht so aktiv. Ja, deswegen haben wir ein bisschen verschnauft, ein bisschen uns ausgeruht und jetzt sind wir wieder da. Jetzt, heute werden wir noch euch mitnehmen, heute ist der 22. das heißt, wir kaufen heute den Baum und schmücken ein bisschen, ich muss ein bisschen sauber machen. Wäsche habe ich auch wieder zum Falten, Geschwünke müssen wir noch fertig einpacken, also wir haben schon alles, aber wir haben noch nicht alles eingepackt. Und dann, das nächste Mal vloggen wir dann am 24. Dann nehmen wir euch bei unserem Weihnachtsfest, wie immer, wie ihr das kennt, mit. Und ja, soviel dazu. Ich trinke noch meinen Kaffee. Dann mache ich gerade ein bisschen fertig, also ein bisschen geschminkt habe ich mich schon. Ich habe schon Make-up aufgetragen, ich trage hier übrigens immer mein Assam Beauty, dieses Mousse. Ich liebe das einfach. Ich habe mir da jetzt selber bei Black Friday ein bisschen mehr geholt und das ist ja ein großer mit 50ml. Das ist aber mein Lieblings zu Make-up. Ja, deswegen liebe ich das und habe das jetzt auf Vorrat gekauft. Ich habe die vorhin auch Kooperation mit der Firma, aber jetzt dabei nicht und habe einfach so gekauft, weil ich ja das Produkt rot finde. Deswegen kaufe ich mir das. Ja, jetzt schmink ich mich ein bisschen dezent, nur ganz wenig. Ich muss dann jetzt gleich noch zwei Fotos machen für die Gewinnspiele auf Instagram. Es ist noch zwei Gewinnspiele und dann ist auch mein Adventkalender vorbei. Ja, war auch das wieder heftig viel an Arbeit, was man so ein bisschen immer unterschätzt. Die ganzen Fotos zu machen, Insta-Stories zu machen. Aber man macht es auch gerne. Man will ja auch ein bisschen was zurückgeben an die Community, die immer aktiv ist und ganz lieb kommentiert und ja, Storys guckt und so. Das ist so quasi so wie ein Geschenk an mich, an mich, ein Geschenk von mir an euch zurück. Ja, gut. Bisschen Limpondusche und ein bisschen was auf meine Cheeks. Und ein bisschen Blas mache ich noch auf und dann wäre ich eigentlich schon fertig. Dann gehe ich dann auch zum Papa. Der macht nämlich schon die Geschenke, also der packt die Geschenke ein und ich muss ein bisschen Wäsche wegräumen und dann wollen wir unbedingt putzen, weil wir heute halt den Baum holen und ich möchte halt bevor der Baum aufgestellt wird halt ein bisschen entstauben, Boden waschen, solche Sachen halt. Willkommen in der, wie heißt? Äh, Weimersmann-Werkstatt. Pssst, pssst, pssst. Hier ist ein kleiner, wer ist das? Spion. Du musst leise sein, pssst, nicht verhalten, ja? Also süß, auf jeden Fall. Ich kann euch jetzt nicht großartig viel mitnehmen, meine Lieben, oder? Was machen wir? Ja, wir werden jetzt gerade noch die Dinge einpacken, solange die Kleinen nicht zu Hause sind, oder bei Großten nicht zu Hause sind. Da brauchen wir jetzt gleich einen Arzttermin, das heißt, wir müssen das Bein, der fährt gleich weg und ich bin dann alleine. Und eigentlich, wir haben noch ziemlich viele zu einpacken, also nicht wenig, weil wir auch viele sind. Ja, wir sind ja. Ja, wir sind ja eher so bescheiden wie Erwachsene. Na gut, ähm, ich helfe euch ja bei Weinpacken, oder würde ich mal sagen? Und dann legt die Kamera weg. Ja. 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 so der papa der ist jetzt weg und wir zwei sind alleine zuhause ich habe ihn jetzt hierher gesetzt weil ich koche gerade und er war so ein bisschen unruhig wir waren jetzt nämlich kurz im wohnzimmer haben ein bisschen gestillt der papa ist beim arzt und wir müssen kochen und danach schnell die lara und die luise abholen ja ich werde jetzt auf jeden fall ich mache schon gerade reis im thermomix und werde jetzt noch gemüse und bisschen fleisch schnibbeln aber erst danach schnibbeln mal schauen also ich werde mich jetzt beeilen so so die zutaten für unser essen sind schon fertig also das gleiche schon bei den gemüse geschnibbeln wir müssen aber jetzt nur noch die mädels holen deswegen haben wir uns schon fast angezogen ich brauche noch schuhe und eine jacke und dann let's go ich habe das essen jetzt schnell fertig gekocht wir sind schon wieder zu hause hier ist lara und luisa und der kleine muss auf jeden fall jetzt schnell auf den kleinen füttern die mädels haben schon angefangen noch mehr apfelsaft ich habe noch gewartet bis die großen kinder von der schule kommen und wir treffen uns jetzt mit dem papa um ein weihnachtsbaum zu kaufen das ist nämlich die latschen gebeln hey ja wir fahren auf jeden fall jetzt dort hin und treffen uns mit papa und suchen uns ein baum aus ich hoffe mal dass wir dann irgendwo fest bekommen so bis dann so meine liebe haben uns endlich getroffen ich kaufe ich kaufe deinen weihnachtsbaum aber ich bleibe im auto und schaue von da weil der kleine weil du auch kein geld hat ich habe vergessen die jacke von kleinen schaffst du den Zaun mama ja okay die großen darf nicht na muss man schauen und den kleinen hier die sind zu klein oder ist er zu klein ist er zu klein die löser will zu dir eh ist kalt ich weiß nicht mit euch ist schwierig oder lara papa ist so kompliziert ja also nur bäbel kann ja du willst immer so buschige du willst immer so buschige sag ich mir was ist mit dem ja danke wir sind noch ein bisschen unentschlossen so lange haben wir jetzt nicht vor aber danke ich komme ich komme ja nicht ran welcher der ist ja sehr riesig gell oh mein gott wir haben uns entschlossen wir nehmen den hier schaut gut aus gefällt euch Lara gefällt dir auch buschig buschig er ist nicht so buschig er ist so ein mittel busch ja er gefällt dir auch sicher ich gehe jetzt ins auto zu den anderen danke hast du ein paar geld ja passt ich habe schon einen gefunden ich wäre schon falsch ich habe meine hand ja es ist noch gar nicht 6 uhr voll gekratzt hat sie wie soll denn das so funktionieren da geht doch kannst du zu Madrid oder nicht der hat bauten voll gekratzt die michelle kann man nicht mehr sehen michelle ich war in der Schule heute gut ja das ist eine neue coole buch das ist voll kacke was ich das fand ah das ist eine neue coole buch papa kannst du fahren ich muss ein bisschen magst du lieber hier fahren und ich fahre mit dem anderen auto ein bisschen grusel warte michelle du steigst mit mir um ich kann nicht du fahren luisa der papa kann eh gut autofahren mochte ich kann nicht sagen nimm die michelle mit nein ich höre nicht mein nacken springt jetzt aus dem baum tschüss tschüss ey du brauchst einen autoschlüssel oder nein du sollst mit papa mitfahren das bauten lecker es ist eine kleine autoschlüssel ha 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Was hast du hier letztes Jahr für eine Farbe? Nein. Das ist ein Foto nachschauen. Ich glaube auch eher rot, oder? Ich wollte ja gerne weiß. Ich auch. Ich wollte auch weiß. Aber Papa und Patrick. Ja, Luisa will immer, dass Mariah Carely turnt dazu. Aber können wir jetzt kurz Snacks essen und dann? Komm mal. Machen wir kurz eine Snackpause. Die Lara hat schon die Zuckerstangen geholt. Na komm, kommst du mal her. Machst du mal ein bisschen was hier aus in den Kindern? Ich nehme schon mal ein bisschen Brot. Magst du Salz drauf? Jetzt gibt es auch extra was Brot. Warte, ich hole euch ein Ressert. Mama. Ähm. Erdlich. Könnt ihr, Patrick? Papa? Ja. Ich habe es wieder weiter. Ich muss an den Weihnachtsbaum steht schon. Ich muss ein bisschen leiser reden, denn die Kinder sind schon im Bett. Es ist aktuell ziemlich spät, also weiß ich nicht, so 21 Uhr oder 30 Uhr oder so. Aber die Kinder sind schon im Bett und deswegen muss ich leiser reden. Ja, ich hoffe, dass es wieder hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.